Die Bibel oder die ganze Heilige Schrift des Alten und Neuen Testaments nach der deutschen Übersetzung von Dr. Martin Luther nach dem 1912 vom Deutschen Evangelischen Kirchenausschuss genehmigten Text. Der Brief des Paulus an die Römer Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes nach dem Geist, der da heiligt seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. Durch welchen wir haben Empfang Gnade und Apostelamt, unter allen Heiden den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter seinem Namen, unter welchen ihr auch seid, die da berufen sind von Jesu Christo. Allen, die zu Rom sind, den liebsten Gottes und berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aufs Erste danke ich meinem Gott, durch Jesum Christum, euer Allerhalben, das man von eurem Glauben in aller Welt sagt. Denn Gott ist mein Zeuge, welchem ich diene in meinem Geist am Evangelium von seinem Sohn, dass ich ohne Unterlass eurer Gedenke und alle Zeit in meinem Gebet flehe, ob sich's einmal zutragen wollte, dass ich zu euch käme durch Gottes Willen. Denn mich verlangt, euch zu sehen, auf das ich euch mitteile, etwas geistlicher Gabe, euch zu stärken. Das ist, dass ich samt euch getröstet würde durch euren und meinen Glauben, den wir untereinander haben. Ich will euch aber nicht verhalten, liebe Brüder, dass ich mir oft habe vorgesetzt, zu euch zu kommen, bin aber verhindert bisher, dass ich auch unter euch Frucht schaffe, gleich wie unter anderen Heiden. Ich bin ein Schuldner der Griechen und der Ungriechen, der Weisen und der Unweisen. Darum, so viel an mir ist, bin ich geneigt, auch euch zu Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christo nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Denn was man von Gott weiß, ist ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Damit das Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird er sehen, so man das wahrnimmt, an den Werken, nämlich an der Schöpfung der Welt, also dass sie keine Entschuldigung haben. Dieweil sie wussten, dass ein Gott ist, und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Dichten eitel geworden, und ihr unverständliches Herz ist verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden, und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild gleich dem vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie auch Gott dahingegeben in ihrer Herzensgelüste, in Unreinigkeit, zu schänden ihrer eigenen Leiber an sich selbst. Sie, die Gottes Wahrheit haben verwandelt in die Lüge und haben geehrt und gedient dem Geschöpfe mehr, denn dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in schändliche Lüste, denn ihre Weiber haben verwandelt den natürlichen Brauch in den unnatürlichen. Desgleichen auch die Männer haben verlassen den natürlichen Brauch des Weibes und sind aneinander erhitzt in ihren Lüsten und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den Lohn ihres Irrtums, wie es denn sein sollte, an sich selbst empfangen. Und gleich wie sie nicht geachtet haben, dass sie Gott erkenneten, hat sie Gott auch dahingegeben in verkehrten Sinn, zu tun, was nicht taugt. Voll alles Ungerechten, Hurerei, Scheikheit, Geizes, Bosheit, Vollneides, Mordes, Hadas, List, Giftig, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, Hoffertig, Ruhmredig, Schädliche, den Eltern ungehorsam, Unvernünftige, Treulose, Lieblose, Unversöhnlich, Unbarmherzig. Sie wissen Gottes Gerechtigkeit, dass die solches Tun des Todes würdig sind und tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Darum, oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der da richtet. Denn worin du einen anderen richtest, verdammst du dich selbst, sind immer du eben dasselbe tust, was du richtest. Denn wir wissen, dass Gottes Urteil ist Recht über die, so solches tun. Denkst du aber, oh Mensch, der du richtest, die, so solches tun, und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen werdest? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmütigkeit? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du aber nach deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufest dir selbst den Zorn auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher geben wird einem jeglichen nach seinen Werken. Preis und Ehre und unvergängliches Wesen denen, die mit Geduld in guten Werken trachten nach dem ewigen Leben. Aber denen, die da zänkisch sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit und Gnade und Zorn. Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die da Böses tun, vornehmlich der Juden und auch der Griechen. Preis aber und Ehre und Frieden allen denen, die da Gutes tun, vornehmlich den Juden und auch den Griechen. Denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Welche ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren werden. Und welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durchs Gesetz verurteilt werden. Sind immer vor Gott nicht die das Gesetz hören gerecht sind, sondern die das Gesetz tun, werden gerecht sein. Denn so die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch vor Natur tun des Gesetzeswerk, sind dieselben, die, weil sie das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz. Als die da beweisen, das Gesetzeswerk sei geschrieben in ihrem Herzen, sind immer ihr Gewissen ihnen zeugt, dazu auch die Gedanken, die sich untereinander verklagen oder entschuldigen. Auf den Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesum Christum richten wird, laut meines Evangeliums. Siehe aber zu, du heißest ein Jude und verlässest dich aufs Gesetz und rühmest dich Gottes und weißt seinen Willen und weil du auf dem Gesetz unterrichtet bist, prüfest du, was das Beste zu tun sei. Und vermissest dich zu sein, ein Leiter der Blinden, ein Licht derer, die in Finsternis sind, ein Züchtiger der Törichten, ein Lehrer der Einfältigen, hast die Form, was zu wissen, und Recht ist im Gesetz. Nun lehrst du andere und lehrst dich selber nicht. Du predigst, man solle nicht stehlen, und du stielst. Du sprichst, man solle nicht Ehe brechen, und du brichst die Ehe. Dir gräuelt vor den Götzen, und du raubest Gott, was sein ist. Du rühmest dich des Gesetzes und schändest Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn eure Teilen wird Gottes Name gelästert unter den Heiden, wie geschrieben steht. Die Beschneidung ist wohl nütz, wenn du das Gesetz hältst. Hältst du aber das Gesetz nicht, so bist du aus einem Beschnittenen schon ein Unbeschnittener geworden. So nun der Unbeschnittene das Recht im Gesetz hält, meinst du nicht, dass da der Unbeschnittene werde für einen Beschnittenen gerechnet? Und wird also der von Natur Unbeschnittene ist und das Gesetz vollbringt dich richten, der du unter den Buchstaben und der Beschneidung bist und das Gesetz übertrittst? Denn das ist nicht ein Jude, der auswendig ein Jude ist. Auch ist das nicht eine Beschneidung, die auswendig am Fleisch geschieht. Sondern das ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und die Beschneidung des Herzens ist eine Beschneidung, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Eines solchen Lob ist nicht aus Menschen, sondern aus Gott. Horch! Neue, heitere Jugend! Wegen eurer tierischen Verbildung ist euer Dasein eine ewige Qual. Denn ihr bereitet einander Herzeleid. Nicht ohne Grund heißt es in Jesaja Kapitel 48 Vers 22, Für die Bösen aber gibt es kein Frieden. Deswegen legt eure verderbliche Bildung ab und nehmt ewige Bildung an, um Frieden zu finden. Blödsinn!